Einen wunderschönen guten Morgen. So, ich schaffe, also meistens fallen ja diese Tagesbotschaften zum Wochenende immer weg, aber ich schaffe es noch, bevor ich losgehe. Und ich hoffe, ihr genießt euer Wochenende genauso und verliert den Verstand nicht durch die Karten. Gewinnt an euren Impulsen. Was haben wir noch zu sagen? Nehmt das mit, was für euch brauchbar ist. Ist kollektiv sowieso immer am besten. Und wenn es sich einfach nur schön anhört, dann findet man vielleicht dort auch nochmal so einen Ansporn zu sagen, Mensch, wäre schön, wenn es mir auch passieren würde oder irgendwie so, ja. Ihr Lieben, herzlich Willkommen. Es geht los. Hauptthema. Hier war schon wieder eine Karte drin, die nicht reingehört. Hauptthema. Wir machen mal ganz klassisch drei Karten. Wir haben schon das Hauptthema hier in der Mitte. Dann machen wir Vergangenheit. Ach nö, ich will Zukunft. Zukunft, Vergangenheit. So. Vergangenheit, der Turm. Irgendwas ist hier regelrecht explodiert, weggebrochen. Wie bei jedem, wenn wir zurückblicken, haben wir eine Vergangenheit, wo immer irgendwas wirklich abrupt endet. Hier könnten sämtliche Diskussionen hinterstecken. Abbrüche jeglicher Art, ob du das nun so wolltest oder nicht. Hier ist einfach etwas zusammengefallen in deiner Welt. Und damit musstest du klarkommen, befindest dich demnach jetzt auch schon aus diesem Rahmen hier draußen, ja. Aus diesem Zusammenbruch. Und der Turm, der steht ja auch immer für die bevorstehende Transformation. Meistens auch so. Eine Transformation vorbereitend würde für mich fast gar nicht passen. Ich sage euch auch warum. Weil man sich selten von sich aus verändern wollen würde, ja. Das ist der schwerste Schritt, dass man sagt, und jetzt höre ich damit auf und mache das und mache das und mache das. Meistens kommt es immer vom Schicksal reingegrätscht und sorgt für eine Veränderung. Und du hast dann bestenfalls die Chance, hier die Transformation anzunehmen und zu sagen, ja, das Kapitel ist beendet, was immer es auch war. Ja, ich transformiere mich jetzt auf dem Weg zum Verbinden. Wir haben hier zwei der Kälte. Entweder ist das wirklich wieder so ein Zeichen für dich selbst. Du kommst zum ersten Mal oder seit langer Zeit wirklich mit dir, zu dir selbst an, ja. Du spürst durch diese Prozesse hier eine Art Verbundenheit. Für was war es gut? Für was war es eventuell schlecht? Wo fühlst du dich verbunden? Mit wem oder was fühlst du dich verbunden? Ja, dass du deinen Fokus für diese bevorstehende Transformation oder du bist hier gerade komplett drin, nicht aus den Augen verlierst, ja. Und natürlich verbindet man sich mit sich selbst. Und bestenfalls verbindet man sich hier auch mit Menschen. Wir lassen jetzt mal die große Liebe komplett weg, weil viele schalten hier auch rein für Prozesse, die sind komplett in ihrer Energie mit einem Partner und haben irgendwo in der Familie oder im Job oder so zu kämpfen, ja. Also, es ist eine Verbundenheit, die momentan in dir ruft. Gott, wie stolz ich. Das kann ich auch, ja. Ja, fühle mich. So würde ich es beschreiben. Fühle mich selbst, ja. Das ist so, wie wenn ich sagen würde, fühl mal die Miranda, die sie gerne sein möchte, die sie ist, die sich vielleicht verlaufen hat. So meine ich das, ja. Fühlt euch. Hier geht es wirklich um das Fühlen. Und demnach, wenn du weißt, wie du fühlst, was du fühlst, für wen du fühlst, für was du einstehst. Zum Beispiel für ein Land, für einen neuen Job, für dein Hobby, für ein Projekt, für dich selbst einfach, ja. Dich spüren und fühlen, dass du angekommen bist und dich überraschen lässt auf das, was noch kommt, ja. Ja, denn, ich habe es ja hier wahrscheinlich auch schon, ich habe es ja schon gesehen, du kannst dich dagegen hier fast gar nicht wehren. Denn du wirst hier geführt. Lass dich leiten. Sehe nicht unbedingt alles Schlechte, sondern das Schlechte ist wirklich für was Gutes, was hier nicht mehr existiert und was der Vergangenheit angehört. Und es ist hier, bewegt sich Wasser, es geht hier wirklich in die Bewegung rein. Ähm, ich wünsche jedem das positivste Karma, was ihr bekommt, ja. Und hier geht dein Weg einfach. Kommt Zeit, kommt Rat mit D oder T. Hier gibt es den Schwung, ja. Hier kommt was in Bewegung. Für all das, wo du hier leiden musstest, büßen musstest, kommt irgendwann in der Zukunft diese Auflösung auch, für was das alles gut war. Aber ich lasse euch hier nicht mal stehen, dass ihr euch denkt, wofür war das gut. Das wirst du in der Tendenz in der Zukunft noch früh genug erfahren, warum es gut war oder wäre, diesen Weg anzunehmen, ja. Verbundenheit ist jetzt gerade in der Gegenwart aktuell. Lass mich kurz überlegen. Ich habe ja auch dann immer so, welche nehme ich, aber ich glaube, Akasha Chronik ist ganz gut. Von Gabriel Ohr. Ich mache mal Transformation zuerst, die Karte. Ich mache mal die Verbindung. Und ich mache mal hier hinten das Rad des Schicksals. So, das Universum möchte deine Aufmerksamkeit. Es ist alles Schlechtes für was Gutes. Das ist nicht umsonst so gewollt gewesen gekommen. Du wirst hier noch die Erlösung bzw. die Lösung dafür finden. Es hätte wahrscheinlich viel schlimmer ausgehen können. Ich sage es jetzt mal einfach so mutig raus. Wir haben hier die 15, ist die Quersumme 6, hat mit der Liebe zu tun oder die Zwillingsenergie, falls ihr dafür noch ein bisschen guckt. Vertraue dich der liebevollen Führung des Universums an. Und darunter verstehen wir jetzt nicht, geh auf die Straße und warte auf ein Zeichen. Natürlich könnte man das machen, weil man wird da auch viele Zeichen bekommen oder aufnehmen. Alleine schon, welche Richtung soll ich gehen? Irgendwas wird passieren. Ich würde vielleicht dann denken, okay, der erste Vogel, der mir von links oder rechts kommt, genau da laufe ich lang. Sowas, ja. Man muss vieles zulassen. Aber selbstbestimmt, ja. Und es hat hier einen Grund, warum das eingekracht ist, ja. So. Ich musste ein bisschen lachen bei dieser Verbindung mit diesem Klatsch. Es ist irgendwie wie Klatsch und Tratsch. Vielleicht hast du damit zu tun gehabt. Vielleicht hat man hinter deinem Rücken geredet. Vielleicht wollte man nicht schlecht reden. Aber denk dran, wenn es was schlecht zu reden gibt, oftmals und das nicht aufhört. Man kann ja schlechte Sachen finden. Aber da muss zu einer Person wirklich besonders wertvoll und wichtig sein oder ein Dorn im Auge. Und die meisten verwechseln das und gucken nicht bei sich selbst. Warum ist das so, ja. Schau nach innen und richte ein liebevolles Licht auf alles Leid, das du noch festhältst. Und ich habe in der Mitte gesagt, sei bei dir, fühle dich, komme an, lass die anderen tratschen, applaudiere für dich. Niemand würde, glaube ich, durch dieses Klatsch sowas sagen, wie ich jetzt gerade. Muss selber gerade lachen. Aber, und kommt keine Lache raus, seht ihr da, ja. Aber innerlich lache ich gerade so für euch selbst, applaudieren, klatschen. Du schaffst das, ja. Du schaffst das schon, dass du dich fühlst. Wer denn sonst? Du musst nur wissen, wie. Wir haben die 35 und das ist die Stärke, die Quersumme 8 mit der Stärke. Schau nach innen, richte ein liebevolles Licht auf alles Leid, das du noch festhältst. Lass los, ja. Lass los. Du hättest es gar nicht verhindern können. Diese Transformation, diesen Zusammenbruch. Sei froh, dass du transformieren durftest. Und wir haben jetzt hier das Rad des Schicksals und wir haben Erzengel Michael mit der 7. Mich begleiten komischerweise mein Leben lang die Zahlen 7. Das ist Wahnsinn. Ihr habt bestimmt auch so Zahlen oder selbst die 7. Wir haben hier Erzengel Michael schenkt dir Mut, Stärke und Schutz. Bitte darum. Das ist ja schon wieder auch der Hit, kann ich jetzt nicht sagen, aber egal. Vergiss es ganz schnell wieder. Es hat ziemlich nah jetzt gerade, wenn ich gehe, damit was zu tun. Mit dem Namen logischerweise und nicht mit dem Engeltreff, sondern wir haben hier die 7. Erzengel Michael schenkt dir Mut, Stärke und Schutz. Bitte darum. Und so wird dein Weg, das war deine Bewegung, das wird deine Bewegung sein. Rate Schicksals, dein Karma hinten raus für all das, was du hinter dir lassen musstest, für all das, wo du leiden musstest, wo du oftmals nicht verstanden hast, warum werden die Steine in den Weg gelegt. Warum wird dir das genommen, was du halten möchtest. Es ist hier ein Eingriff vom Universum, nehme ich ganz stark an. Ich kann es euch nicht erklären, aber es soll dir einfach so zufallen, weil du gar nicht wüsstest, wie schwerwiegend das noch wäre, wenn du daran festhalten würdest oder wenn es noch weitergegangen wäre. Mut, was war noch, Kraft und Schutz, also Stärke und Schutz. Und das ist Wahnsinn, ja, also es läuft wirklich in diese Richtung rein. Und alles, was du wahrscheinlich in der Vergangenheit nicht mehr hattest, ich dachte die ganze Zeit, das wären Geräusche, das ist ein Hund. Und alles, was du in der Vergangenheit nicht hattest, Mut, Stärke, Schutz, kommt hier in die Bewegung, kommt ins Rollen, kannst du wieder aufnehmen, hast du nicht verloren, auch wenn du es dachtest, ja. So, dann machen wir mal hier weiter mit meinem schicken Selbstheilungs-Deck. Die Versuchung. Da wird wahrscheinlich einiges hier ins Rollen kommen, wo du für dich aufpasst, passt es gerade rein oder nicht. Es werden hier Versuchungen kommen, Temptation haben wir und wir haben was auf dem Boden, das solltet ihr auf gar keinen Fall anfassen. Ach Mensch, jetzt ergibt der Satzbau ja auch einen Sinn. Haha, ich halte es mal trotzdem heute rein. Die sexuelle Versuchung. Versuchung. Pass auf, ja. Alle, die sich hier in so einem Prozess befinden und denken, sie könnten mit Körperlichkeiten was halten oder höher klettern oder Hauptsache das halten, passt hier auf. Es könnte auch sein, dass hier jemand reinkommt, der nur das möchte oder du dir sagst, okay, wäre mal wieder schön, aber achte auch darauf, emotional ganz genau zu wissen, was hier passiert, wenn du wirklich nur auf das aus bist. Es gibt ja Menschen, denen reicht das, ja. Es gibt hier Versuchungen in die körperliche Richtung. Passt hier auf oder nimmt es an. Da will ich nochmal rauflegen. Das ist mir ein bisschen zu kritisch hier mit dieser Verbindung. Es ist nur eine Warnung, ja, weil die Verbindung steht ja auch mit Love hier unten, das sind nicht die Liebenden. Wir haben hier zwei der Kälte. Sollte es zu so einer Situation kommen, dann kannst du ja ein bisschen auf dich achten, ein bisschen vorgewarnt sein. Die Selbstverwirklichung. Ich denke ganz stark, du solltest dir die Finger von wegnehmen, die wirklich nur in dem Prozess der Körperlichkeiten hinauslaufen oder du bist besonders attraktiv und jemand steuert dich an, ja. Bleibe hier in deinem Ich-muss-mich-finden-fühlen-sehen-und-verbinden. Erst dann kannst du dich auf irgendwas einlassen, was vielleicht auch von Mehrwert ist, weil hier bekommst du ja wirklich hinten raus dein Kamerad mit Mut, Stärke, Schutz. Du hast genug gelitten. Aber ich glaube, hier sind noch Stellen, wo du ein bisschen aufpassen musst oder Gefahr laufen könntest, gewissen Menschen in die Arme zu rennen. Bleibe standhaft, ja. Ist nur ein von mir gut gemeinter Impuls jetzt gerade, sollte es so sein und du hängst dir irgendwo drin, ach, ich weiß nicht und die Dates fühlen sich alle schon wieder so komisch an, aber körperlich läuft es ja Bombe. Klatsch, ja. Klatsch dich wach. Bleibe in der Selbstverwirklichung. Gucke dir genau an, ohne dich komplett aufzugeben, ob es nur ein neuer Job ist, neue Arbeit oder wie auch immer. Verwirkliche das, was du fühlst, das, was du suchst und das, was du brauchst, ja. Ihr Lieben, hoch. Oh, oh, da war sie weg, die Verbindung. Ja, durch so eine Versuchung bricht diese Verbindung weg. Ihr Lieben. Dankeschön fürs Zugucken. Bis bald. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es Sonntag noch schaffe. Und ja, habt einen schönen Samstag. Genießt das Wochenende, habe ich schon gesagt, wa? Bleibt gesund. Wenn nicht, werdet gesund. Tschü Gong. Bis Sonntag zur großen Legung. Tschüssi.